So, ja, herzlich willkommen! Wir haben euch ja Ende vergangener Woche bereits die neue CSL Elite Wheelbase von FUNATACK vorgestellt. Und wollten euch das neue Equipment inklusive Pedale jetzt einfach mal so ein bisschen in Aktion zeigen. Das Spiel, was wir hier sehen, ist Asset of Corsa für Xbox One. Vom Grundprinzip her wirklich grandioses Spiel. Also wir spielen schon seit Jahren auf dem PC. Das Problem einfach bei der Xbox-Version ist, und man sieht es hier, was ihr auch mal zum Video sieht, aber es hat sehr, sehr deutliche Frame-Drops, leider. Nichtsdestotrotz, grandiose Physik. Und macht auch richtig Spaß, vor allem natürlich mit mir. Und, ja, versuchen wir jetzt hier einfach mal ein, zwei Stunden Runden zu drehen. Und hier schaut euch das am besten mal einfach mal an. Guck 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 mal an. Das war's. 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 Das war's.